Alter, mein Kopf! Und diese Langeweile, alter, ähm... Ja, was ich meine, ihr habt jetzt im letzten Part, ich weiß nicht, ob ihr euch angeschaut habt, die ganzen Episodenquests gesehen. Für euch war es ja etwas, was ihr hättet ja auch skippen können, das ist ja klar. Ich meine, ich zwinge niemanden das Eis hier anzugucken, aber für mich war es lange. Ich hab für euch jetzt zwei Stunden rumgesessen und gewartet, bis die immer noch durch sind. Zwei Stunden meines Lebens hab ich dafür verschwendet. Ihr denkt euch so, du willst jetzt verarschen. Ich will euch nicht verarschen, ich sag die Wahrheit, wir kommen zu S.O. Last Recollection. Wir machen jetzt weiter. Ich seh, dass es eine Nebenquest ist, ist scheißegal, wir gehen jetzt einfach weitermachen. Gut ist, ne, neue Aufnahme. Gut ist, ne, neue Aufnahme. Gut ist, ne, neue Aufnahme. Ich bin klar, das Führungsmögliche bis dahin. Und das ist das, was ich nicht. Wir sind im letzten Jahr der Gabriel mit dem Sitzung und der Stand der Sitzung. Es ist hier der Anckelkünfte Vektor-Vektor-Vektor. Man muss sich die Werteinigung von Lars-Gerl vorbeben. Wenn Lars die Kriegeln kämpkeln, dann kommt er. Und wenn man nicht mehr wissen will, der Gabriel-Vektor-Vektor ist. So, wenn die Schmerzen der Schmerzen, wir sind in den Schmerzen, Wir sind in die Schmerzen der Ars-Nasche, und jetzt in der Schmerzen der Schlacht-Tuttle. Wenn man nicht schmerzen würde, kann man das Schluss. Oh, das Vekta... Herr, Gavriel, der Eigenschaften ist als unsere Theorval-Wald-Bere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist das Problem. Ich bin es gut. Ich bin es für die Welt. Ich bin es für die Welt. Ich bin es für die Welt. Ich bin es für die Ereignisse. Dann können wir uns die Menschen in den ganzen Landen um. Das ist es, wir müssen uns über die Vekta-Kage-Boschern durchführen. Ich habe ihn mit dem Karten geholfen. Kirito, ich habe mich mit dem Karten. Ich glaube, ich bin mit dem Bekta-Karten. Ich bin mit dem Karten. Ich bin bei der Karten. Ich bin hier. Ich bin bereits in jedem Land. Kirito. Ich bin ein Problem für die Begründung. Begründung und Begründung. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Getина vom George Ageslijk Geischen Kue die De capacity. Geischen Kue eitsen R hinge. Geischen Kue alte Ge一个 Gelnats Geischen Kue eitsen Werni ... Geische Kue isso ... Dort werden wir verのは vor llama. Müssen Sie direkt hinter Ihnen las Internationale ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Ach, Level 70, geile Scheiße. Die kriegen sowas auf den Deckel, Alter. Warte mal, ich will es mal ausprobieren. Zur Gruppe hinzufügen. Yo, Alter. Jetzt sind wir Monster. Let's go. Ich meine, hallo, so große Truppe, da können wir einfach alles vernichten. That's my plan. Ich gehe dieses Biestangler umlegen, sag's euch. Eine Lawine hat wohl die Treppe zerstört. Müssen wir mit der Treppe auf der anderen Seite nach drüben. Kildo, da hinten ist jemand. Fragen wir doch mal. Ist hier irgendwo der Speicherpunkt oder bin ich jetzt total bejatzt? Warum weiß ich das wert, das Mistvieh? Ich könnte es versuchen. Ne, 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 weg, 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 weg. Das ist eine ganz dumme Idee. Das wäre eine sau dumme Idee. Ich hoffe, dass wir keine Leute verloren haben. Wir machen keinen verloren. Sehr gut. Reden wir mit dir. Was macht ihr denn los? Doch, hier ist viel zu gefährlich. Die beiden haben sich leistet ein Tor vorbei, aber mit dem Riss wird das nichts, oder? Können die Schlösser reparieren? Der Rest ist tief, breitet sich aber nicht aus. Wir müssen ihn flicken. Immerhin sind wir hier besser dran. Ich weiß nicht, ob die Crew vom Boss genug Material hat. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Danke für extra Kohle. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rüber? Ich glaube, ich habe das so eine Idee. Ich habe das so eine ganz geile Idee, wenn die funktioniert. Oh, wow. Wow. Krebse. Niederstrecken. Niederstrecken. XP ist das hier. Ist der immer noch nicht raus? Ihr habt immer noch nicht gleichbekommen? Alter, ich habe eine raus und ihr kriegt nicht mal ein Vieh hin. Alter, das ist ja peinlich. So, tschüss. Ich bin dafür, den Vieh Arsch in den Arsch zu treten, ja. Weil es ist mein Weg. Es ist hässlich. Es muss sterben. Und nochmal hoch. Tja, wir sind drüben. Ja, nur Scheiß. Jetzt sind wir da. Oh, mein Gott. Wir kommen nicht weiter. Okay. Was haben wir denn da? Ein Kletterbereich. Aufstieg. Ach. Mal klettert einfach hoch. Einfach mal so. In dein Kürzester musst du hochklettert. Und zwar wirklich. Schritt für Schritt. Step by Step. Aber hey. Hey, wer seid ihr denn? Hier, es ist gerade viel zu gefährlich. Nö, ist es nicht. Bist du hier der Boss? Wir haben gehört, du brauchst es mal drinnen. Ja, wir geben alles. Aber der Rest ist nicht einfach zu versiegeln. Haben wir doch bloß mehr von den Krebse. Okay. Was ist ein Krebssekret? Ja. Das sind meine Besten, die wir immer im Südwesten jagen. Okay. Gemischt mit Erde ist perfekt, um den Damm zu reparieren. Aber er rumstehen wird uns auch nicht weiterhelfen. Wir machen das ja schon. Bringt euch lieber in Sicherheit. Okay. Was jetzt? Das sind meine Besten. Untertitelung des ZDF, 2020